Und hier ist Schäfchenleiste Lotte, nochmal aus Hoher. Wir waren gerade an der Weserbrücke, die so blau geleuchtet hat. Und hier jetzt nochmal an dem neuen Kreisel, der gebaut worden ist, in der Mitte jetzt auch blau beleuchtet. Wollten wir euch den Sport enthalten. Wir bedanken uns bei allen, die bisher gestimmt haben für uns, um eine Chance zu haben, den Förderpreis von Sport Thieme zu bekommen. Und hoffen, dass ihr weiter fleißig den Link teilt und für uns stimmt. Bis zum 23.10. Und wie ich gesehen habe, am 28.10. wird dann das Ergebnis bekannt gegeben. Wir melden uns dann wieder, natürlich auch zwischendurch. Wir danken euch ganz herzlich, wünschen euch einen schönen Abend und sagen für heute Tschüss. Bis dann.